I am the Jochen and this is the Frühsport für Mittwoch, den 10. Mai 2023. Schönen guten Morgen. Wir schauen gleich auf die Tabellen der großen internationalen Ligen. Erstmal kurz zum Einstieg, Fußball Champions League. Gestern gab es das erste Halbfinal-Hinspiel Real Madrid gegen Manchester City 1 zu 1. Das heißt, im Rückspiel ist hier noch alles offen. Wir sind mal sehr gespannt, wie das nächste Woche dann hier ausgeht. Zweites Halbfinaler heute Abend, AC Milan gegen Inter. Also das große Derby von Milan. Das Ganze live zu sehen am 21 Uhr auf der Zone. Wenn ihr Lust habt und wenn ihr es bekommt, dann könnt ihr da gerne reinschauen. So, dann machen wir weiter mit Tennis. Da ist in Rom beim großen nächsten Tausender-Turnier Jule Niemeyer ausgeschieden in der ersten Runde. Leider heute geht es weiter mit Tatjana Maria und Annalena Friesam. Die spielen beide zu sehen auf Tennis Channel. Und bei den Herren startet das Turnier morgen, soweit ich weiß. Da komme ich dann nochmal drauf zurück, wenn das soweit ist. Wir gucken in die amerikanischen Playoffs, was da so los ist. Da kann ich berichten, dass an der NBA die Miami Heat 3-1 jetzt führen gegen die New York Knicks. Also die Heat sorgen hier weiter für Verrohr, ebenso wie die Lakers. Das sind die zwei Teams, die in der ersten Runde schon überrascht haben. Jetzt also beide weiter vorne. Die Lakers führen jetzt 3-1 gegen die Golden State Warriors. Da muss ich sagen, Respekt. Das sind zwei, mit denen muss man jetzt rechnen im weiteren Verlauf dieser Playoff-Runde. Und in der NHL führen die Vegas Golden Knights gegen Edmonton jetzt mit 2-1. Das war das dritte Spiel, was es dort gab. Wie geht es da weiter? Da könnt ihr, wenn ihr wollt, gucken in der Nacht von heute Mittwoch auf morgen Donnerstag. Und zwar wie folgt. Es gibt ein Spiel auf Sky aus der NHL. Und zwar nachts um 4 Edmonton Oilers gegen Vegas Golden Knights. Das ist das, was wir gerade hatten. Da gibt es ein Spiel 4 schon von 4 Uhr morgens an. Und parallel dazu könnt ihr auf der Zone aus der NBA gucken. Die Golden State Warriors gegen die LA Lakers. Da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Da kann ja schon alles zugemacht werden von den Lakers. Das heißt, wer Donnerstag früh um 4 raus muss oder um 5, der kann die Schlussphase ja gucken. Ich muss Donnerstag nicht ganz früh raus. Ich werde dann einfach die Ergebnisse mir anschauen. So, das ist also der internationale Basketball- und Eishockey-Blog. Den haben wir damit auch erledigt. Kommen wir zum Radsport. Da gab es gestern die vierte Etappe des Giro d'Italia. Und jetzt mein großer Auftritt gewonnen hat. Aurélien Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre. Ich hoffe, er gewinnt noch mehr Etappen dieses Jahr bei großen Radrennen. Weil jetzt habe ich den Namen drauf. In der Gesamtwertung gab es einen Wechsel an der Spitze. Neuer Führende im rosa Trikot ist Andreas Lecknesund. Der hat also dort an der Spitze den Sportskamerad Evenepol abgelöst. Der wird da nicht böse drum sein, denn da muss er jetzt erstmal das Trikot nicht verteidigen die nächsten Tage. Und da kann er sich jetzt ein bisschen entspannen. Heute geht es weiter mit der fünften Etappe. Und die gibt es ab 12.30 Uhr auf Eurosport 1 zu sehen. Wer Bock auf Volleyball hat, für den habe ich heute Abend was an einem Angebot. Und zwar Bundesliga der Frauen. Da gibt es das dritte Finalspiel. Das steht 1 zu 1 zwischen Stuttgart und Potsdam. Und das dritte Spiel gibt es um 20.15 Uhr live im Free-TV. Wer sagt, kommt Champions League, das habe ich ja nicht. Dann macht Sport 1 an und gönnt euch ein Volleyballspiel. Es geht um die Deutsche Meisterschaft. Finale also Stuttgart-Potsdam. Es wird eine Vorentscheidung fallen. Einer geht heute 2-1 in Führung. Aber ich kann auch nicht sagen, wer. Das ist klar. Das werden wir dann morgen wissen. Und dann habe ich noch Handball im Programm. Da gibt es das Viertelfinale in der Champions League mit zweifacher deutscher Beteiligung. Und zwar die Hinspiele. Zum einen um 18.45 Uhr Wiesler-Brock gegen Magdeburg. Und um 20.45 Uhr haben wir THW Kiel gegen PSG. Jeweils Hinspiel also für Magdeburg und Kiel. Wir drücken die Daumen. Beides live zu sehen auf der Zone. Wer Lust drauf hat, auf die Handballspiele. Dann gucken wir noch kurz zum Amateurfußball rüber. Dann habe ich anzubieten, dass im Sachsenpokal Halbfinale Lok Leipzig gewonnen hat gegen Zwickau. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Damit Lok Leipzig jetzt im Finale gegen den Chemnitzer FC. Und aus den Regionalligen gibt es was Neues. Wir wissen schon, Lübeck ist schon aufgestiegen. Münze ist schon aufgestiegen. Unter Haching hat sich seine Teilnahme an den Playoffspielen gesichert in Bayern. Zwei Regionalligen sind noch offen. Im Südwesten jetzt der FC Homburg und TSG Balingen. Nicht mehr im Rennen um den Aufstieg. Die können wir streichen. Da ist es noch ein Dreikampf. Ulm, Hoffenheims Zweite und Steinbach-Heiger. Und in der Regionalligen Nordost sind Lok Leipzig und Altglienicke jetzt ausgeschieden. Da wird es sich noch entscheiden zwischen Energie Cottbus, Erfurt und Carl Zeiss Jena. Apropos Tabellen, gehen wir rein in das Highlight des heutigen Tages. Normalerweise immer dienstags. Aber diese Woche ist alles um einen Tag verschoben. Ihr wisst Bescheid. Da kommen wir. Und ich sehe genau nichts. Da sind wir. Wir starten wie immer mit der Premier League. Drei Spieltage sind es noch. Und wir gucken, was passiert. Hier ist die Spitze. Manchester City, einen Punkt für Arsenal. Aber eben noch ein Nachholspiel mehr. Das heißt, sie können wieder auf vier Punkte davonziehen. Dazu Pokalfinale, Champions-League-Halbfinale. Also das Triple lacht Man City schon entgegen. Ich hoffe immer, dass die Garners das irgendwie verhindern können. Aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die beiden aber sicher in der Champions League. Das ist auch für Arsenal ganz nett. Jetzt kommt nämlich diese Riesenlücke. Kann ich die Lücke nochmal bitte komplett draufkriegen? Kriege ich die überhaupt komplett drauf? Wo ist Arsenal hier oben? Kriege ich nicht komplett drauf. Doch da. Also die wird auch nicht mehr geschlossen. Also eins und zwei sind fest. City und Arsenal. Jetzt geht es um den dritten und vierten Champions League-Platz. Liverpool hat sich rangearbeitet. Guckt euch mal an hier. Nur noch einen Punkt hinter United. Drei hinter Newcastle. Aber die haben beide halt noch ein Nachholspiel. Das spricht natürlich für sie. Aber trotz alledem. Wenn die nochmal straucheln. Es wäre der Knaller, wenn Liverpool das mal schaffen würde. Ganz verrückte Nummer wäre das. Aber die sind richtig gut drauf zurzeit. Ich traue es ihnen durchaus zu. Das müssen wir ganz klar festhalten. Liverpool momentan in der Europa League. Man United hat schon den Platz in der Conference League sicher über den League Cup. Aber den werden sie wahrscheinlich freigeben. Deswegen interessant. Auch dieses Duell hier hinten, wer da noch was reißt. Tottenham momentan in Schlagweite für noch zumindest einen Conference League-Platz. Brighton aber noch mit zwei Nachholspielen. Die könnten da auch noch nach vorne preschen. Müssen wir mal gucken, was drauf wird. Ich glaube, Brentford-Folium, das können wir uns schenken. West Ham, das will ich noch erwähnen, spielt noch Conference League-Halbfinale. Die können darüber es auch noch in den europäischen Wettbewerb schaffen. Wenn sie das Ding gewinnen, machen sie nächste Europa League. La Liga, das sind noch vier Spieltage. Barcelona vorne dran und noch ein Nachholspiel. Ja, gut. Also das wird laufen mit der Meisterschaft. Vorsprung, wir sehen, es ist riesengroß vor den beiden Teams aus Madrid. Die kämpfen um Platz zwei um die Vizemeisterschaft. Atletico und Real. Das wird noch interessant, weil sie eben beide nur einen Punkt auseinanderlegen. Gucken wir mal, was da passiert. Real Sociedad kommen wir dann auch auf Champions League-Kurs. Da kommt auch weit und breit erstmal nichts. Villarreal Europa League und Betis Europa League. Das müssen wir jetzt sagen. Die haben jetzt zwei feste Europa League-Plätze, weil der Pokalsieg fest bei Real jetzt eingebucht ist. Das heißt, die dürften über den Pokal Europa League spielen, werden sie aber nicht, weil sie ja über die Liga sich schon festsetzen. Deswegen gibt es also hier Platz fünf und sechs für die Europa League. Das wären Villarreal und Betis. Und damit ist der siebte Platz oder das Rennen um den siebten Platz eröffnet. Das sind diese Teams hier. Momentan Girona auf dem siebten Platz. Das wäre die Conference League. Sevilla spielt auch noch Europa League-Halbfinale. Da kann es auch noch in die Champions League gehen als fünfte Mannschaft. Aber ansonsten Bilbao, Raiyo, Osasuna. Das sind so die, die jetzt hier noch rangeln um diesen siebten Platz. Ich glaube nicht, dass sie hier oben an Betis nochmal rankommen. Und wir haben den ersten Absteiger. Hier unten stehen sie in Rot. FC Elche wird runtergehen. Das wissen wir auch inzwischen. So, gucken wir nach Italien. Vier Spieltage noch. Gehst du mal weg. Napoli vorne als Meister steht bereits fest. Das wissen wir. Wir haben die Lücke hier. Und dann dieser geile Kampf um die anderen Champions League-Plätze. Da gab es am Wochenende die direkten Duelle gegeneinander. Juventus hat gewonnen. Inter hat gewonnen. Milan hat gewonnen. Lazio hat seinen Vorsprung in seinen zweiten Platz eingebüßt. Atalanta und Roma sind zurückgefallen. Und jetzt sieht das so aus. Aber da wird noch einiges passieren in den letzten vier Spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Zumal ja mehr als die Hälfte von denen auch noch international spielen. Es ist hier Europa League-Halbfinale, Conference League-Halbfinale, Champions League-Halbfinale. Das wird noch richtig spannend auch, glaube ich. Dann kommt lang nichts mehr. Und lo. Da passiert auch nichts mehr. Das wäre die nächste Gruppe, die hier kommt. Alle punktgleich. Aber die haben zwölf Punkte Rückstand bei vier Spielen. Ich denke mal, das werden sie nicht mehr aufholen. Auch hier der Blick auf den Abstiegskampf mal ganz kurz. Sampdoria steht leider schon fest als erster Absteiger. Cremones und Spezia. Da stimmen jetzt die Punktabstände nicht. Da habe ich mir nicht so eine Mühe gemacht. Spezia und Kremenese werden momentan abstiegsbedroht. Hellas, Verona noch ganz heiß mit im Rennen. Und die anderen drei. Das sind die, die es noch treffen kann. In Spanien die halbe Liga übrigens noch abstiegsbedroht. Und Frankreich, vier Spieltag vor dem Ende. PSG vorne sechs Punkte vor Lens und acht Punkte vor Marseille. Ich glaube, wenn PSG nicht noch dramatisch strauchelt, reicht denen das. Monaco, Europa League, Lille Conference League. Und auch hier gucken wir noch auf die Abstiegsplätze und sehen hinten. Ein Absteiger steht fest, nämlich Angers. Und Toulouse ist Pokalsieger. Das war's. Tschüss, bis morgen. Danke.